Wie formatiere ich Xiaomi Redmi 13C einfach mit Safe Reset? Tipps und Tricks zur Behebung von Xiaomi Redmi 13C Problemen Dieses Telefon verfügt über einen 6,74 Zoll LCD Bildschirm mit dem Betriebssystem Android 13 und der Benutzeroberfläche MIUI 14 von Xiaomi. Der Prozessor wird vom Mediatek MT6769Z Helio G85 angetrieben. Daher können wir keine 5G-Konnektivität nutzen. Weitere Lösungen und Informationen zur Behebung von Xiaomi Redmi 13C Problemen finden Sie unter www.hard-reset.org Was sind die Spezifikationen und Funktionen des Xiaomi Redmi 13C Telefons? GSM 3G HSD PA DualSIM 4G LTE 6,74 Zoll LCD Bildschirm Der interne Speicher beträgt 128 GB mit 4 GB oder 6 GB RAM Der interne Speicher beträgt 256 GB mit 8 GB RAM Hauptkamera mit 250 MPF, 1,8 plus 2 MPF, 2,4 und 0,08 MP Die Frontkamera hat 8 MP für Selfies Octa-Core Prozessor, 2x2,0 GHz Cortex-A5 und 70 und 6x1,8 GHz Cortex-A55 Mali G52 MC2 GPU Betriebssystem Android 13, LiPo 5000 mAh Akku Wie kann das Problem behoben oder gelöst werden, dass die Xiaomi Redmi 13C Wiederherstellung feststeckt, nicht reagiert, Störungen verursacht, feststeckt, einfriert oder beschädigt ist? Dieses Telefon wird von einem Mediatek MT6769Z Helio G85 Prozessor mit internen Speicheroptionen von 128 GB oder 256 GB angetrieben Es gibt viele Anwendungen und Spiele, die wir aus dem Google Play Store installieren können Aber einige von ihnen können Viren, Bedrohungen oder Malware enthalten, die die Bedienung unseres Responsive LCD Touchscreens beeinträchtigen können Diese Art von App wird im Google Play Store nicht mit, verifiziert durch Play Protect, gekennzeichnet Wenn wir auf diese Probleme stoßen, sollten wir versuchen, die temporären Dateien und den Cache zu bereinigen, indem wir einen Reset, einen Neustart oder einen Neustart durchführen Wenn der Neustart abgeschlossen ist, installieren Sie bitte eine der empfohlenen Antivirensoftware wie Avast oder Norton auf Ihrem Xiaomi Redmi 13C Dieses Antivirenprogramm sucht nach verdächtigen Anwendungen und bietet die empfohlenen sicheren Setup-Optionen Wenn die Probleme weiterhin bestehen, müssen wir einen Werksreset oder eine Masterformatierung durchführen Um das Betriebssystem auf die Werkseinstellungen neu zu installieren Bitte beachten Sie, dass durch die Neuformatierung alle installierten Apps und Daten vom Xiaomi Redmi 13C entfernt oder gelöscht werden Bitte installieren Sie aus Sicherheitsgründen keine APKs aus unbekannten Quellen, da dies zu Problemen führen kann Durch die Neuformatierung werden auch Ihr Google Konto und Ihr Xiaomi Konto von diesem Telefon entfernt Empfohlenes Antivirenprogramm für Xiaomi Smartphones Wie kann ich das herunterfahren, zurücksetzen, Neustarten oder Neustarten des Xiaomi Redmi 13C erzwingen? Wir können einige Multitasking-Anwendungen installieren, da es über eine RAM-Kapazität von 4 GB, 6 GB oder 8 GB verfügt Größer ist besser Wenn einige installierte Anwendungen abstürzen, beschädigt sind oder abstürzen, reagiert der LCD-Touchscreen möglicherweise nicht auf Fingerberührungen oder friert ein Um dieses Problem zu beheben, wird empfohlen, temporäre Dateien und den Cache zu löschen Wenn es einfriert oder nicht mehr reagiert, versuchen Sie bitte, die Power-Taste gedrückt zu halten, bis sich Ihr Xiaomi Redmi 13C ausschaltet oder automatisch ausschaltet Darüber hinaus können wir versuchen, die Power-Taste und die Laser-Taste gleichzeitig gedrückt zu halten, um ein Herunterfahren zu erzwingen Wenn unser Telefon immer noch ordnungsgemäß funktioniert, wir aber die temporären Dateien und den Cache bereinigen möchten, halten Sie bitte die ein Aus-Taste gedrückt, bis das Pop-up-Menü erscheint Und wählen Sie Ausschalten, Ausschalten, Neustart Durch einen Soft-Reset oder Neustart werden keine installierten Apps und wichtigen Daten entfernt Daher können wir diesen Vorgang jederzeit durchführen Wie kann ich Daten oder Kontakte ins Xiaomi Redmi 13C sichern? Dieses Telefon verfügt über einen Speichersteckplatz für die Verwendung mit MicroSD Mit dem Android-Dateimanager können wir viele wichtige Dateien, Fotos und Videos im internen Speicher des Xiaomi Redmi 13C auswählen und auf MicroSD einfügen Wir können unser Telefon über ein USB-Datenkabel mit dem Computer verbinden und nachdem der Computer das Xiaomi Redmi 13C erkennt Sichern Sie bitte alle wichtigen Daten mit der Dateimanager-Anwendung des Computers Wir können auch ein USB-Flash-Laufwerk verwenden, um eine Verbindung über OTG oder einen USB-Adapter herzustellen Um Daten vom internen Speicher auf einem USB-Flash-Laufwerk mit dem Dateimanager Xiaomi Redmi 13C zu sichern Wenn Xiaomi Redmi 13C bereits mit einem Google-Konto angemeldet ist, wird unser Kontakt standardmäßig im Hintergrund mit dem Google-Server synchronisiert Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle Kontakte auf dem Google-Kontakte-Server beim Surfen im Internet überprüfen, um sicherzustellen, dass eine Sicherung durchgeführt wird Wie aktiviere ich den Wiederherstellungsmodus in Xiaomi Redmi 13C? Wenn wir Xiaomi Redmi 13C starten möchten, wechseln Sie in den Wiederherstellungsmodus Wir können den Schritten in Schritt 2 folgen Nachdem die Schritte abgeschlossen sind, finden wir eine Liste mit Menüoptionen und wählen nach Bedarf das Wiederherstellungsmenü oder ein anderes Menü aus Der erste Schritt besteht darin, das Xiaomi Redmi 13C-Telefon über das Programmmenü zurückzusetzen Schalten Sie Xiaomi Redmi 13C ein Bitte stellen Sie sicher, dass die Akkukapazität mehr als 50% beträgt oder besser vollständig aufgeladen ist Erstellen Sie eine Sicherungskopie wichtiger Daten in Xiaomi Redmi 13C Da alle Daten und Apps gelöscht oder gelöscht werden Gehen Sie zum Menü Einstellungen größer als allgemeine Einstellungen größer als sichern und zurücksetzen größer als Zurücksetzen auf Werkseinstellungen Wählen Sie Gerät zurücksetzen größer als alle löschen Xiaomi Redmi 13C führt einen Hard Reset oder eine Master Formatierung auf die Werkseinstellungen durch Schritt 2 Setzen Sie Xiaomi Redmi 13C mit dem Hardware-Tastenschalter in den Wiederherstellungsmodus zurück Schalten Sie Ihr Xiaomi Redmi 13C aus Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist Halten Sie die Ein-Aus-Taste und die Lauter-Taste gedrückt Lassen Sie die Taste vollständig los, nachdem auf dem LCD-Bildschirm der Wiederherstellungsmodus angezeigt wird Verwenden Sie die Lautstärke-Taste, um die Option auszuwählen Und drücken Sie die Ein-Aus-Taste, um zuzustimmen, zu bestätigen oder auszuwählen Bitte wählen Sie Alle Daten löschen Um den Master Reset oder die Formatierungsschritte abzuschließen Warten Sie, bis Ihr Xiaomi Redmi 13C den Vorgang abgeschlossen hat und das Telefon wieder wie Neu startet Wie kann man Xiaomi Redmi 13C entsperren, reparieren, umgehen oder Lösungen Passwort-Code, Sicherheitssperrmuster oder PIN Passwort verloren Vergessen, es ist immer wichtig, Ihr Xiaomi Redmi 13C vor unbefugten Personen zu schützen Insbesondere wenn Ihr Xiaomi Redmi 13C weit von uns entfernt ist, verloren geht oder gestohlen wird Als ersten Schutz können wir zwischen Fingerabdruck und Gesichtserkennung wählen Allerdings muss ein sekundärer Backup-Schutz wie Passwort, PIN oder Bildschirmsperrmuster aktiviert sein Warum, denn nach dem Neustart oder Neustart des Xiaomi Redmi 13C funktioniert der Fingerabdruck nicht Allerdings treten Probleme auf, wenn wir dieses Telefon nicht entsperren können Wenn wir das Bildschirmsperrmuster, die Passwort-Sicherheits-PIN vergessen oder wenn der Fingerabdruck nicht funktioniert Was sollen wir machen, wenn wir den Sicherheitsschutz vergessen, müssen wir wie in Schritt 2 mit Hilfe der Hardware-Tasten-Kombination einen Reset oder eine Neuformatierung durchführen Dieses Telefon verwendet bereits Android FRP, Factory Reset, Protection, der alle Daten schützt Wenn das Telefon verloren geht oder ein Zurücksetzen erzwungen wird Daher müssen wir FRP umgehen, indem wir den Benutzernamen und das Passwort unseres vorherigen Google-Kontos verwenden Nachdem wir den Hard-Reset durchgeführt haben Ist das ein Format-Geheimcode für Xiaomi Redmi 13C? Es gibt keinen versteckten Geheimcode für Ihr Xiaomi Redmi 13C, um es auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen Wir müssen die oben genannten Optionen ausführen, um dieses Telefon hard zurückzusetzen Wie formatiere oder lösche ich den Telefonspeicher in Xiaomi Redmi 13C? Wenn wir alle installierten Anwendungen und alle Daten entfernen möchten, müssen wir wie im ersten Schritt über das Setup-Menü einen Werksreset durchführen Bitte wählen Sie, alle Dateien auf dem Telefon löschen Dabei werden alle Daten im internen Speicher, oder im externen Speicher, falls verfügbar, gelöscht Wie kann der Akku des Xiaomi Redmi 13C stärker gemacht werden? Damit er länger hält und nicht schnell leer wird, das Xiaomi Redmi 13C verwendet einen 5000-MAR-Akku, wodurch es einen ganzen Tag ohne Aufladen läuft Allerdings müssen wir einige Änderungen vornehmen, damit es länger funktioniert Stellen Sie zunächst die Helligkeit des LCD-Bildschirms so niedrig wie möglich ein und schalten Sie alle nicht verwendeten Verbindungen wie GPS, Blue Oof, WLAN oder NFC aus Häufig gestellte Fragen zum Xiaomi Redmi 13C Wie kann ich das Xiaomi Redmi 13C ohne Passwort, Passcode hard zurücksetzen oder formatieren? Der Sicherheitsschutz ist standardmäßig nicht aktiviert Benutzer müssen Sicherheitsfunktionen manuell auswählen und aktivieren Einige Benutzer haben beim Versuch, ihr Xiaomi Redmi 13C-Telefon neu zu formatieren oder zurückzusetzen Schwierigkeiten, da sie aufgefordert werden, das Sicherheitskennwort einzugeben Wenn wir das Passwortmuster vergessen, können wir versuchen, mit Hilfe der Hardware-Tasten-Kombination einen Werksreset durchzuführen Wie im zweiten Schritt beschrieben, dadurch wird Ihr Xiaomi Redmi 13C im ausgeschalteten Zustand neu formatiert Aus Sicherheitsgründen müssen Sie jedoch nach Abschluss des Hard-Reset-Vorgangs die Inhaberschaft bestätigen, indem Sie Ihre vorherigen Google-Kontoanmeldeinformationen eingeben Wie ist das rausgegeben, damit Sie dieēnzen Pastor?